Ich bin seit 19 Jahren Stadtplanerin in der Landeshauptstadt Dresden und für mich als Stadtplanerin setzt die TU Dresden die Sicherheit mit 35.000 Studenten, den Lehrkräften, den kooperierenden Instituten, dass die Stadt urban bleibt und noch urbaner wird, lebendig, international und zahlreiche Kooperationen, die ich mit der TU Dresden vollziehe, setzen hierfür den konzeptionellen, dem planerischen Rahmen.